Hallo und herzlich willkommen bei Testziger Online mit Tom. Heute geht es um das Thema Ordnung und zwar schauen wir uns Schwerlastregale zwei verschiedener Hersteller im Test an und zwar einmal von der Marke Panorama 24 und dann noch von der Marke Steel Mania. Wir legen auch direkt los, viel Spaß mit dem Video. Was sind die Merkmale der einzelnen Produkte und was ist alles im Lieferumfang enthalten? Zum Vergleich schauen wir uns die Varianten mit insgesamt fünf Ebenen in schwarz an und wir fangen an mit dem Produkt der Marke Panorama 24. Hier besteht das Trägersystem aus verzinktem Metall, was eben eine gewisse Korrosionsbeständigkeit aufweist. Im Lieferumfang sind insgesamt acht Stützenteile enthalten, welche im Mittelstecksystem hier zusammengesteckt werden. Dann insgesamt zehn Träger für die lange Regalseite, zehn Träger für die kurze Regalseite und dann noch insgesamt fünf Mittelstreben, die eben aufgrund des Materials hier noch für die gewisse Festigkeit, Standsicherheit benötigt werden. Darüber hinaus werden insgesamt acht Abschlussteile für die Ecken mitgeliefert und die Böden bestehen hier aus Holzspanplatten. Machen wir weiter mit dem Produkt der Marke Steel Mania. Das Trägersystem besteht hier aus legierten, kaltgewalzten Stahl, was eben eine höhere Festigkeit aufweist als das Produkt der Marke Panorama 24. Hier werden auch insgesamt acht Stützenteile mitgeliefert, welche im Mittelstecksystem dann zusammengesteckt werden. Wobei hier zusätzlich zur Erleichterung noch ein Gummihammer mit dabei ist und auch noch Handschuhe für den Schutz, damit man sich nicht die Finger schmutzig machen muss. Dann werden insgesamt zehn Träger für die lange Regalseite und zehn Träger für die kurze Regalseite mitgeliefert. Und hier sind auch die Mittelstreben mit eingearbeitet. Das heißt, das ist ein Arbeitsschritt, den man sich hier sparen kann bei der Installation, bei der Montage und hier dann gegebenenfalls etwas schneller ist. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Produkte. Der größte Vorteil beim Regal von Steel Mania ist eben der, dass das Trägersystem aus einer höheren Qualität besteht, aus legierten, kaltgewalzten Stahl. Deshalb muss dieses Regal auch nicht zusätzlich an der Wand nochmal befestigt werden, weil es aufgrund der höheren Festigkeit des Materials und des höheren Gewichtes eben auch die gewisse Standsicherheit, die es benötigt, an sich schon mitbringt. Während das Regal von Panorama 24 auf jeden Fall an der Wand befestigt werden muss. Hier haben wir auch Böden aus Holzspanplatten, welche einen gewissen Geruch eben aufweisen. Und kennt vielleicht jeder Altbau, ich habe einen feuchten Keller, der ein bisschen mutrig ist, dann werden die Holzspanplatten nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall auch durch Schimmel anfangen. Wohingegen wir hier die Böden bei Steel Mania komplett auch aus dem legierten, kaltgewalzten Stahl gefertigt haben, welche langlebig sind. Preislich liegen wir hier bei 100 Euro, während wir hier bei 40 Euro liegen. Ein weiterer Vorteil ist eben auch noch bei Steel Mania, dass das Regal auf zwei Regale auch noch aufgeteilt werden kann. Und hierfür haben wir eben dann die doppelte Anzahl an Endstücken für die Ecken. Dann kommen wir zum Praxistest und zwar zum Aufbau der Schwerlastregale. Wir fangen mit dem Produkt von Panorama 24 an. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Wie hat der Aufbau vom Schwerlastregal der Marke Panorama 24 funktioniert? Zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass das Regal relativ fackelig ist, weshalb ich es auch anders aufgebaut habe, als eigentlich vom Hersteller empfohlen. In der Beschreibung steht erstmal die untere Ebene aufbauen, zusammenstecken, dann die obere Ebene aufbauen, zusammenstecken und das Ganze dann oben draufheben. Das war mir ein bisschen zu wackelig, deswegen habe ich improvisiert. Man sieht es ja mit dem Zeitraffer-Effekt. Und man sieht eben auch, dass aufgrund der niedrigeren Festigkeit das Regal an sich wackelig ist. Deswegen muss es auch an der Wand befestigt werden. Was mir hier auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Böden hier gerade mal auf... Kannst du ja mal nachmessen. Gerade mal auf... Ja, das... Nicht ganz ein Zentimeter, ein bisschen weniger, 6-7 Millimeter liegen die Böden hier am Rande auf und eben auch nochmal in der Mitte durch diese Mittelstrebe. Man hört es auch schon, dass das Ganze einen etwas wackeligen Eindruck macht. Wir machen jetzt einen kleinen Stresstest. Wir nehmen nicht die ganzen 180 Kilo. Wir wollen einfach mal sehen, wie zieht das Material durch, wie steif sind die Böden oder wie steif ist das Regal. Okay, also man kann es jetzt von der Position schlecht sehen, aber wir haben hier... Ich würde mal sagen, es ist schwierig zu messen, aber einen halben Zentimeter schon, wo sich das Material in der Mitte durchbiegt. Jetzt haben wir hier insgesamt 40 Kilo. Eigentlich wird mit 180 Kilo geworben, mit 175 Kilo für dieses Regal pro Boden. Es ist für mich fraglich, ob die Holzspannplatten das aushalten. Dann machen wir weiter mit dem Aufbau des Produktes der Marke Steemania. Hier haben wir Handschuhe mitgeliefert, damit man sich die Hände nicht schmutzig macht oder vielleicht irgendwie einen Katze reinbekommt. Wobei hier auch die Kanten abgerundet sind, teilweise auch doppelt. Weshalb ich glaube, dass das eh nicht passieren würde. Dann haben wir noch einen Gummihammer mitgeliefert. Den brauchen wir in dem Fall auch. Aufgrund des Stecksystems, was hier sich einfacher zusammenfügt, dadurch, dass es rund gestaltet ist, müssen wir einfach mit dem Hammer hier das Teil, die jeweiligen Träger hier reinschlagen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt gleich. Und wie das funktioniert. Jetzt geht's mein Haus. Wie hat sich der Aufbau beim Steamania Regal gemacht? Also zunächst einmal sehr einfach. Die Rundungen lassen sich gut zusammenstecken in dem Stecksystem. Einfach erstmal händisch und dann mit dem Gummihammer nochmal nachhelfen. Ich habe insgesamt circa zehn Minuten für den Aufbau gebraucht und man kann sehen, dass hier nicht viel rüttelt. Also das Regal hat an sich eine hohe Standfestigkeit und muss nicht nochmal an der Wand befestigt werden. Wir machen auch gleich noch den kurzen Stresstest. Ja, also hier lässt sich keine Durchbiegung feststellen, auch durch die Mittelstrebe, die eben gesamt durchgeht über die Länge und die hier auch mit einer Stärke von 1,5 cm ausgearbeitet ist. Was auch noch auffällt ist, dass die Böden hier eine größere Auflagefläche haben. Also hier haben wir 15 mm und beim anderen Regal waren es 6 oder 7 mm. Am Ende wollen wir nochmal kurz die Abmessungen vergleichen. Beim Regal von Panorama 24 haben wir insgesamt 20 cm mehr Höhe, also 1,80 m hoch. Das Regal von Steelmania ist 1,60 m hoch. Die Böden sind hier aber mit 45 cm immer jede Ebene 5 cm tiefer als bei Panorama 24. Kommen wir zum Fazit. Das Schwerlastregal von Steelmania kostet zwar sein Geld, man sieht aber alleine schon am mitgelieferten Gewicht, dass man hier auch was bekommt für sein Geld. Das Regal ist komplett, also auch die Böden mit ligiertem Kaltgewalzen Stahl verarbeitet. Dadurch haben wir eine höhere Robustheit, eine höhere Standsicherheit und auch die Böden sind langlebig. Unser Testsieger ist daher das Schwerlastregal der Marke Steelmania. Unserer Meinung nach sollte ein Regal auch einmal gekauft werden oder einmal aufgestellt werden und nicht nach dem Motto billig und dafür zweimal kaufen. Man hat es auch im Praxistest gesehen, dass eben die Metallböden hier sich nicht durchbiegen, während die Spanplatten eben hier auch bei 20 kg die Seite eben schon eine Durchbiegung aufgewiesen haben. Auch die Auflagefläche ist hier nicht so hoch von den Platten, wie sie hier beim anderen Regal ist. Und es ist fraglich, ob das Regal von Panorama 24 auch wirklich die 180 bzw. hier 175 kg je Regalboden aushält. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.